Hallo meine lieben Freunde! Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses komische Haus, in das wir jetzt rein wollten. Und ja, was ist das hier? Es tropft alles, da oben fliegt ein Flugzeug und wir sagen uns, los geht's! Wir erinnern uns vielleicht noch an das letzte Mal, wo Merck uns sagte, oh ja, ich kann nicht mehr, um es mal zu verschönigen. Tja, wir erinnern uns alle noch sehr tragisch an diesen Moment, an dem Merck seine letzten Worte sprach. Ja, ähm, das klingt jetzt alles sehr, sehr, sehr spirituell, was ich hier sage. Und deswegen höre ich damit auf, weil das ist gruselig, was ich hier von mir gebe. Und anstatt so doof umzulabern, sollte ich mal einen Weg finden, wo ich überhaupt hin will. Aber ich denke, ich will nach da oben. Und ich denke, ich muss das so machen. Ähm, ja, dass ich da hochrenne, mich drum drehe, was ich aber gerade nicht machen will, und dann da rüber springe. Aber das wird so nichts. Okay, suchen wir uns einen anderen Weg. Da sieht man, kommt man also durch. Interessant, da komme ich hin. Da komme ich theoretisch auch noch hin, okay. Gucken wir mal weiter. Hier müsste ich dann theoretisch durch, aber kann ich gerade nicht. Hm. Ja, das verspricht ein Geheimnis zu bleiben. Vielleicht kann ich auch einfach hier hoch. Okay. Hier bin ich schon mal hochgekommen. Was mir das jetzt bringt, das weiß ich noch nicht. Das kriege ich aber noch raus. Hoffe ich mal. Ich muss doch da hinten hin, oder? Hä? Ich muss da hin? Wieso muss ich denn jetzt aber mal da hin? Hier ist nichts. Schade. Hätte ich mir fast gedacht. Oh, da komme ich hoch. Dann muss ich da wohl auch hoch. Wieso sollte ich da jetzt überhaupt noch rüber? Ich meine, das ist doch völlig irrelevant. Okay. Gut, das sieht das Spiel genauso. Das Spiel wollte mich nur ein bisschen weisen. So, warte mal. Jetzt muss ich erst mal hier feststellen. Ja, ich muss hier so lang. Hoch hier wieder. Und nicht runterfallen. So. Und jetzt muss ich da wohl rüber. Wehe dem, ich verpatze das. Fast. Ich fand es vor allen Dingen gerade interessant. Habt ihr euch das mal angeguckt? Falls nicht, haltet einfach mal das Video an und guckt euch an, wie der Schatten da hängt. Der Schatten hängt nämlich an nichts. Das habe ich gerade so gesehen. Der Schatten hängt einfach da so nichts, sozusagen. Das finde ich natürlich etwas doof, dass die Gegenstände keinen Schatten werfen. Was ist? Da ist ein Koffer über uns. Der ist jetzt aber nicht so gut versteckt. So, den haben wir gefunden. Fertig. Können wir hier auch durch? Ne, können wir nicht. Können wir da durch? Hey. Ich wollte wissen, ob wir da durch können. Und nicht, ob wir hier wieder runterfallen. Wartet mal. Wir testen das einfach. Wir gehen hier einfach mal so rüber. Und sehen, hier geht's nicht weiter. Okay. Dann hat sich das geklärt. So, dann räumen wir uns mal cool ab. Vorsicht, Gas. Die Tür kriegen wir wahrscheinlich nicht einfach so auf. Jetzt müssen wir sie also sprengen. Wo soll ich denn hinlaufen? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall sollte ich hier nicht stehen bleiben. Wääh. Doll. Ich wollte eigentlich da hoch, aber Faith wollte nicht. So wie ich wollte. Also wo kann ich mich sonst noch verstecken? Ich denke nirgendwo anders. Nein. Hallo. Faith, ey. Eben gerade kam sie doch da hoch wie, was weiß ich, warme Semmeln. Ich versuch das jetzt mal nochmal. Ne, die kommt da echt nicht mehr hoch. Ich weiß nicht, was hab ich denn vorher anders gemacht? Hab ich vorher hier das Ding so angewählt? Ne. Ich weiß gar nicht. Dann muss ich wahrscheinlich das so machen, über die Wand. Ja. Kann ich gar nicht anders machen. Okay, gut. Machen wir es über die Wand. Das ist wohl sicherer. Okay, jetzt verbrennen wir uns mal nicht die Finger. Komm schon, Faith. Lass los. Lass los. Lass los. Wird's doch nicht, dass wir alleine in die Luft fliegen. So, jetzt können wir uns das hier, glaube ich, schön angucken. Wow. Kaboom. Casablanca. Sieht ja geil aus. Wow. Ich konnte leider den richtigen Kaboom-Effekt nicht ganz sehen. Aber so wie das gerade ist, reicht mir das aus. Wir rennen hier mal ganz krass über ein Feuer vorbei. Können wir das nochmal anmachen? Nee, schade. So, die Tür ist rausgefetzt. Die hat aber wenig Brandspuren. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ist ein bisschen unlogisch. Aber egal. Shit! Hä? Fahr das Verstärkung an! Yes! Hä? Hä? Explosion auf Ebene 1a. Er wird sofort in Verstärkung. Ende! Hä? Hä? Ja, dich mach ich so fertig. Was? Hä? 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 Hier wahrscheinlich jemand. Ah ja. Hinter dem Auto. Los, los, los! Wow! Hä? Damn! Wer schießt hier noch? Und da unten? Da ist eine rote Tür. Kam ich da gerade durch? Ich weiß es gerade gar nicht. Gehen wir einfach mal hier so lang. Klingt nicht gut. Lass es schießen. Wow! Und... Au! Abge... Ge... 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 Knallt! Ich will hier eigentlich keine Waffengewalt anwenden. Ich hab genug Waffengewalt angewendet. Das hat mir eigentlich ausgereicht. Bam! Chuck! Kaputt. Daher... Ich bin nicht mehr so für die Waffen. Alter! Hast du einen Arschhofen? Hö! Bam! Alter! Aua! Mann! Verdammt! Ich muss mich jetzt entscheiden. Bin ich gegen Waffen? Haha. Oder bin ich für Waffen? Aua! Was willst du denn hier von mir? Woa! 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 Au! Der hatte die krasse Waffe. Hör bloß auf, auf mich zu schießen. Wow, what the fuck. Ist ja gut, Alter. Au. Okay, ich gehe durch eine andere Tür. So. Und hier rüber. Aufgenommen. Fertig. Das war einfach. Kaboom. So, der hier oben ist weg. Gucken, wo die mich jetzt suchen. So, ins Bein geschossen. Mh. Wow, noch einer. Damit habe ich nicht gerechnet. Muss ich ehrlich zugeben. Boah, der steht da hinten. Uah. Okay, und los. Jetzt wurde ich nur wieder geschossen. Okay, gut. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor Waffen. Au. Der Arsch hat auf mich geschossen. Der da oben war das bestimmt. Was ich gerade denke. Boah, bin ich cool. Au. Du bist aber nicht cool. Nicht annähernd. So, so, so. Du bist auch nicht cool. Du da bist vielleicht cool. Ah, du bist echt cool. Du, 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 du. Du, 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 du. Au, 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 au. Irgendmal schießt es auf mich. Wo kam das denn jetzt bitte her? Kein Plan. Wow. Aua. Alter. Au. Ach, ich kann da nicht erst warten. Am besten ich entwaffne den, der mir hier so voll entgegenspringt. Kaboom. So. Kaboom. Alter. Keine Muni mehr. Miau. Ich bin schon wieder rot angelaufen. Ist die hier schon wieder cool? Los, los, los. Bua. Kaputt. Das ist mal wieder nicht so einfach alles. Ah, da ist der andere. Wow. Drei Stück hier, oder was? So, zwei sind weg. Drei sind weg. So. Ziel bitte angeben. Da drüben. Danke. Immer wieder hilfreich zu wissen, wo man hin muss. Kaboom. Oh, ich hätte auch einfach Fahrstuhl fahren können. Naja, gut. Wäre gut geworden, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich da einfach hingelaufen, durch die durch. Dumpdi, Dumpdi, Dump. Hätte ich dann mir sparen können. Naja, okay. So habe ich, äh, nicht strategisch meinen Vorteil ausgenutzt, will ich mal so sagen. Ja. Klingt vernünftig, klingt irgendwie intellektuell. Und ja, jetzt kann ich sagen, ha, 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 ich bin euch überlegen. Bin ich zwar nicht, aber egal. Los, Faith, tanz den Tanz. Mann, du kannst dich nicht mal hinhocken hier im Fahrstuhl. Kannst du springen? Nein, kannst du gar nichts. Dann musst du hier den... Hau einfach mal auf die Tasten. Boah, 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 siehst du, da hat dir was gebracht. Hallo? Na, ha, ha. Nein, hab ich ja nicht. Wenn ihr sie schon wieder geschnappt habt, dann hab ich sie ja nicht wirklich gerettet, oder? Wie seht ihr das? Ein Stuhl. Mit dem Stuhl mach ich jetzt Jump'n'Run. Boom. Fertig. Hey. Au, au. Das sah nicht so nett aus. Miller. Gute Arbeit. Durchsuchen. Au. Oh. Nein. Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind von PK. Pier and Dullo Kruger. Privater Sicherheitssease. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich rausgestellt, dass Sie einen Insider hatten. Robe Burn? Ja. Sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Pope's Murder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Yeah. Gehen Sie. Jetzt. Das ist irgendwie cool. Werden wir ihn jemals wiedersehen? Ey, die Tür war nicht rot. Woh, bloh, 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 bloh. Wart, 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 wart. Wow. Gib deine Waffe her. Aua, das war zu schnell. Jetzt aber. Kabumm. Okay, 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 okay. Eine Dichtbekleckung. So, von da hinten kommen Schüsse. Da kommt jemand hoch. Au, 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 au. No money. Outer. Out of error. Out of error. Out of error. Aua. Von wegen Angriff. Ich zeige dir mal Angriff. Out of error. Meeow. So. Ich glaube, da unten sind noch welche. Schüsse kommen von da hinten. Ich wollte gerade schon... Ich wollte gerade schon... What the fuck? Einfach mal hier hoch. So, mal gucken. Wo muss ich hin? Da muss ich rein. Das war zu einfach. Hopp. Drücken. Komm schon, Fahrstuhl. Enttäusch mich nicht. Los, Fahrstuhl. Fahrstuhl. Fahrstuhl fahren. Wow. Oh mein Gott. Ja, wann sollte ich sie sonst öffnen? Hä? Während der Fahrstuhl fährt, oder was? Guckt mal, hier sind ganz viele Einschusslöcher. Naja, nicht wirklich Einschusslöcher, weil... Keine Ahnung, was diese Fahrstuhltüren sind, aber... Sie halten einfach eine Kugel ab. Wenn ihr auch solche Fahrstuhle habt, dann... Cool. Mein Glückwunsch. Dann seid ihr wohl besondere Leute. Die öfter... Ärger mit der Polizei haben. Und bedroht sind, erschossen zu werden. Ja. Das würde ich mir dabei denken. Keine Ahnung, warum. Ich weiß noch nicht mal, wo bin ich jetzt hier eigentlich gelandet? Hä? Schau. Oh. Mhm. Mhm. Warum wohl? Ja. Ja, okay. Ja, bitte. Gern geschehen. Ja, glaube. Toll. Oh oh. Nium. Ähm. Keine Sport verlieren. Das ist ja krass. Komm ich da rüber? Komm ich niemals rüber? Äh. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Ich weiß, dass ich da rüber muss. Und ich weiß, dass es gefährlich. Unter mir ist was. Unter mir soll also was sein. Das bestimmt nicht. Einfach mal fallen lassen. Ah ja, das geht also so nicht. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, 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 klar. Und hopp. Hier sollte ich nicht zu lange bleiben. Und hopp. Ich habe sie gehört. Sie sind im Aufzugsschart. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüftungssystem geben. Ich schütze sie nach draußen. Auf der anderen Seite des Gebäudes müssen sie einen Weg zurück nach innen fieten können. So können sie die Kerle abschütteln. Das war jetzt gerade voll scheiße. Dass ich auf den Rohren gelandet bin. Auf den. Ich meine... Ja, okay. Da kommt gleich ein Fahrstuhl. Wie bitte, wie bitte, wie bitte, wie bitte... Gabel, Fabel. Ja, okay. Lassen wir den Fahrstuhl wieder fahren. So. So, wo, wo, wo ist jetzt das Rohr? Ich sehe es schon wieder nicht mehr. Ist es etwa hinter mir? Nee. Dreh dich mal wieder um. Ich sehe es irgendwie gerade gar nicht. Wo ist denn das Rohr? Wo ist es hin? Es muss hinter mir sein. Da ist der Aufzug. Ah, da unten ist es. Toll. Jetzt hänge ich hier wieder dran. Ey, Mann. Was soll denn der Scheiß? Jetzt springe ich einfach darüber. Ob ich das schaffe? Keine Ahnung. So. Okay. Viel einfacher. Und effizienter, wie man sieht. Jetzt bin ich bloß wieder da. Habe ich ja so gerade gescheatet, ja? So. Muss man jetzt hier, da rüber springen. Alles klar. Okay, so. Jetzt sind alle drei Fahrstühle gefahren. Au. Was soll denn der Scheiß? Bäm. Okay, gut. Ich mache es lieber doch auf eine sichere Art. So. Hoch. Mann. Bis dich noch ein Fahrstuhl erschlägt, ja? Stehst du unbedingt drauf? Neum. Okay. So, jetzt bin ich wieder hier drauf. Oh, sag mal. Ich weiß nicht. Wie viel... Blablabla. Blablabla. Mann. Fuck. Ich weiß, das sagt man nicht. Heute machen wir aber eine Ausnahme. Ich darf das heute sagen. Nyao. Nyao. So. Ah, so klappt das. So. Rüber, rüber, rüber. Noch ein Stück, noch ein Stück. Okay. Perfekt. Und jetzt springst du da ran. Hopp. Gut, du hast dich nicht verletzt. Und jetzt gucken wir mal weiter. Nein, wir gehen nicht weiter runter. Mann. Nicht da anfassen. Lass dich runter. Nein. Nicht so weit. Nee, 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 nee. Helfer. Wie bitte? Ich soll darüber balancieren? Ich warte erst mal, bis der Fahrstuhl hier kommt. Eint. Boom. So. Fertig. Belüftungsschacht. Hier geht's hoch. Alles klar. Mal gucken. Vielleicht komme ich hier weiter. Das sieht mir sehr nach da aus. Ja, vorsichtig. Ja, der Abgrund ist natürlich abgrundtief schwarz. Aha, da muss ich hoch. Was? Aha, hier waren die Rohre. Hopp. Dann einmal Kuh drücken. Dann einmal Kuh drücken. Dann einmal rüber. Einmal schwingen. Und einmal hier rein. Okay, gut. Hat soweit. Wow, what the fuck. Geklappt. Da kann ich nicht runter. Oh, nein. Da kann ich auch nicht runter. Zumindest sollte ich, glaube ich, da nicht runter. Ei, ei, ei. Das sah ganz schön knapp aus. Um ehrlich zu sein, war mir das viel zu knapp. Okay, so, jetzt können wir uns weiter schwingen. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Kommen wir hier schön rauf. Okay. Das ist abgrundtief schwarz. Das gefällt mir nicht. Hier erkenne ich gerade gar nichts mehr. Das ist also eine Wand. Wo soll ich denn dann hin? Auf den da, oder wie? Der geht nur nach unten. Und? Hä? Okay. Ah, wir sollen da hoch. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Dann hier so. Nein, das mache ich lieber mit mehr Anlauf. So, so. So, so und so. Dann drehen wir uns aber wieder um. Würde ich mal behaupten. Damit wir da hoch können. So, dann schwingen wir. Dann schwingen wir nochmal zur Sicherheit. Und dann springen wir ab. Und sehen, wow. Unser Ziel. Ja. Und jetzt sehen wir, wow. Ich darf wieder am Fahrstuhl anfangen. Nein, doch nicht. Unglaublich. Hätte ich jetzt ja eigentlich erwartet. Und darum nehme ich immer gerne nochmal Anschwung. Damit ihr das jetzt auch mal verfolgen könnt, wieso ich das mache. So. Und jetzt. Tada. Schon hat es eher geklappt. Und so. Und laufen. Und hoch. Und so. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Ich bin mir sicher, ich muss da hoch. Aber irgendwie. Vielleicht habe ich mich gerade auch einfach nur doof angestellt. Passiert ja leider öfter bei mir. So. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Hat aber wieder nicht geklappt. Na gut, dann heißt es, wir müssen da irgendwie hoch. Gut. Ich sehe es ein. Ich sehe es ein. Und diesmal falle ich nicht runter. Wie man sieht. So. Dann also hier rüber. Dankeschön. Dann dahin. Oder einfach hier rauf. Ich weiß nicht. Dahin wäre irgendwie unsinnig. Also einfach hier rauf. So. Gucken wir mal. Da ist nichts. Hier geht nur noch einer lang. Ich glaube, wir sollen jetzt also hier rüber springen. So. Genau so war das gedacht. Dann geht es hier rein. Was ist denn hier? Nichts. Schade. Okay. Dann geht es hier so. Wow. Hier geht es runter. Also rollen wir uns mal ab. Hat aber nicht ganz geklappt. Okay. Dann können wir uns aussuchen. Da geht es aber wahrscheinlich nach nichts. Nach Nimmer ans Land. Oh. Hier ist ein Koffer versteckt. Fragen wir uns jetzt mal, wie der hier versteckt ist. Dann wohl da oben. Wie komme ich denn da hoch? Okay. Ich habe eine Ahnung. Ist nur eine Ahnung. Heißt nicht, dass es so sein muss. Ah, hurra. Where is November? Keine Ahnung, wer November ist. Und ich weiß auch nicht, wo November ist. Soll das gerade eine Fun-Frage sein? Na ja. November ist, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, im Winter. Ende Herbst. Damit es mal reicht. Hier müssen wir hoch. Das geht komischerweise auch einfacher. Wie wir sehen. Koffer sind also nicht immer einfach versteckt. So. Was? Ich dachte, die Höhe hält sie gerade so aus. Und jetzt geht es hier so lang. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich lang gehe. Ich folge einfach nur dem Weg. Wenn es hier ein Irrgarten wäre, dann hätte ich mich jetzt bereits verirrt. Soll ich das jetzt auch machen, oder was? Wow. Ein Scharfschützentim überwacht diese... Wo sind die Scharfschützen? Da drüben kann ich... Da sehe ich einen. What the fuck, ey. So, hier bin ich sicher, glaube ich. Dann gehen wir mal lieber hier lang. What the... Die können mich doch nicht alle sehen, oder? Ich hoffe nicht. Ei, doch. Jetzt kann mich jemand sehen. Gut, dass sie mich nicht gesehen haben. Ich muss wirklich da rüber. What the fuck? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Boah. Okay, okay. Erstmal ablenken. Und laufen. Und jetzt denken sie, ich bin tot. Ich lebe aber noch. Haha. Verarscht. Uah. Das war knapp. Da komme ich nicht hoch. Ich wünschte, ich könnte da hoch. Ich glaube, da steht einer oben. Na, der sieht mich nicht. Jetzt hat er mich gesehen. So, dann... Da muss ich hin. Da muss ich hin. Hallee! Ei, ei, ei. Das wird doch so nischt. Halligalli kannst du morgen machen. Hi-o. 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 Ho. Bist du blöd? Das ist schön. Ha. Go, go, go. Ich werde absolut... Oh, oh. Oh. was.